Guten Tag, mein Name ist Christian Metz. Ich bin Chefarzt der Anästhesiologischen Abteilung in der Schönklinik München-Hallaching. Wir sind eine Abteilung mit sehr hohem Qualitätsanspruch, die sich mit etwa 12.000 Operationen im Jahr beschäftigt an Patienten verschiedenster Altersgruppen und verschiedenster Erkrankungsstufen. Unsere beiden Hauptthemen sind Versorgung der Patienten im Sinne einer Verhinderung von postoperativen kognitiven Defiziten, weil wir einen relativ hohen Anteil an älteren Patienten haben. Ein zweites Schwerpunktthema, und dafür sind wir in ganz München bekannt, ist die Ultraschallgestützte Regionalanästhesi. Es sind etwa 5.000 Eingriffe, die wir in dieser Art und das sehr erfolgreich im Jahr durchführen. Sie passen besonders gut in unser Team, wenn Sie eine sehr breite Ausbildung mitbringen. Sie müssen nicht heute schon Oberarzt sein. Es reicht, wenn Sie Fachärztin oder Facharztin an eine andere Klinik und bewusst Verantwortung übernehmen wollen. Und Sie sollten ein hohes Interesse an dem Erwerb, an dem Ausbau von differenzierten Ultraschallkenntnissen für die Regionalanästhesi haben. Dort agieren wir sehr, sehr erfolgreich. Das wird uns auch von den Patienten immer wieder geschildert und es macht auch im Kollegenkreis sehr viel Spaß. Ich freue mich auf Ihre Wiedersehen.